Das andere, was hier natürlich fehlt, ist, dass Technologie eigentlich alles sehr effizient macht. Also zum Beispiel Filme zu schauen ist sehr effizient jetzt. Ich denke aber, dass Kultur und deren Förderung nicht alles effizient sein muss, weil manchmal ist Effizienz auch unmenschlich im Sinne von dem, dass wir denken, dass wir möglichst schnell das kapieren müssen oder möglichst schnell das erfahren müssen. Und das kann oft nicht funktionieren, weil zu effizient ist auch dann oft zu unmenschlich. Ich denke, Kultur und die Förderung der Kultur muss so einen Rippeleffekt haben. Es muss weiter führen zu irgendwas anderem, zu einem Wert, den wir dort erzeugen, den wir nicht unbedingt festlegen können mit einer Art von Effizienzsteigerung oder sonst einer Art von Vorteil, den wir definieren können. Das Gute ist, dass durch Technologie, glaube ich, jetzt Kulturinstitutionen zu Plattformen werden können. Das heißt, auf dieser Plattform, die wir anschaffen, dort kann man virtuell was erfahren, man kann vor Ort was erfahren, man kann sich verknüpfen, man kann andere dort kennenlernen, die das auch gut finden. Man kann es in verschiedenen Arten und Weisen teilnehmen oder konsumieren, partizipieren, man kann da was dazu beisteuern. Wir müssen, glaube ich, mehr als Plattform denken und weniger als Kanal. Und wenn wir eine Plattform sind, dann sind wir auch attraktiver für eben die, die eine Plattform wollen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied von Generationen. Wenn man erst mal so 65, 70 ist, glaube ich, ist das Plattformdenken nicht mehr ganz, weil man dann einfach weniger Lust hat, sich wirklich auch aktiv zu beteiligen, in den meisten Fällen zumindest vielleicht eher nicht ganz so mobil ist, in dem Sinne, geistig oder auch sonst. Aber hier ist es ganz klar so, dass Plattformdenken in der Zukunft dazugehört.